So, 2-Klasse nennen er Klasse 5, stark besetzte Klasse 5 hier. Detlepok scheint aber ein ganz ganz leichtes Spiel zu haben. Detlepok, der mit Sicherheit und der Meisterschaft. Das ist weiter im Ordentlichen, 576, Sven Denecke, da hinter die 580, Max Wartenberg und der 583 ist das dann, Dennis Gillisch. Die Klasse wird geteilt, ganz voll besetzt also. Detlepok aber, der führt die Klasse 5 an und der ist mit seinem Honda CRX ja auch das Ganze ja super schnell unterwegs. Und dann haben wir die 572, Maximilien, Vorstede und dann... Als allerletztes sind den Silvio Luxart. Und für Detlepok, der spult hier einmal seinen Film ab. Also, dieses Auto ist von Sand immer schnell dabei. So, und auch hier Start- und Zielsieg mit leichten Spielen. Detlepok gewinnt diesen Lauf vor der 576. Sven Denecke, der 580. Max Wartenberg, Dennis Wartemberg, Dennis Wulisch. Der Klasse 5, Spezial-Tourenwagen. In 1800, da war es Willi Kohlrausch, das Urgestein aus Hannover, der hier mit der 585 auch sofort in Führung geht. Schön wieder mit dabei in die 580. Er war gestern im Kampf mit Willi Kohlrausch, dann durch da drüben einmal auf den Innenball gekommen. Willi Kohlrausch, Siegbert Thiel dahinter. An die 560, Renate Detjen. So, bei Willi Kohlrausch geht jetzt die Haube auf. Die fliegt auch gleich einmal komplett weg. Komplett einmal der Haube entledigt. Willi Kohlrausch. Willi Kohlrausch. Willi Kohlrausch. mit der Fuhrer Nein, da sind wir jetzt hier mit der Fuhrer 20 qué weiß ich das So, der Zieleinlauf in den Kohlrausch gewinnt diesen Lauf voll auch flüssig, voll sequenziert und zurück.